Ich habe noch einen Tipp für euch. Candyminers. Ein ganz spezieller Süßigkeiten-Shop. Nachgebildet an einem Bergwerk. Schauen wir mal rein, dass es da drin ausschaut. Ich glaube, das gestern war nur so eine Filiale. Das ist schon so kultig geworden, weil das so gut gestaltet ist. Da gibt es Süßigkeiten in Hülle und Fülle. Wir haben es gut gemacht, oder? Also für jeden war es dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie viel 100 Gramm kosten. Ich glaube, 100 Gramm ist 99 Kronen. Nicht ganz günstig. Aber das ist einer Mine empfunden. Das ist cool, oder? Das habe ich gemeint. Wirklich witzig. Nachkratzen unbedingt herrschen. So kenne ich meinen. Der Altstadt von Prag. Ich glaube, es hat eher beenheb. So kenne ich. Bis an, ich habe seitdem, Ich bin ein Lensisch.